Skill dabei. Ja, wenn man so nicht sterben darf. Voll der Skill, ey. Du musst so landen, dass du nicht stürzt. Wenn du das kannst, dann fällt so ein bisschen... Boah, ich glaube, hier ist die... Lol, hier ist die Leiter abgebrannt, Mann. Schlecht. Junge, ich habe auf die... Ey, ist das der letzte Raum? Ja, ich glaube. Ich habe auf die... Ja, ist vielleicht noch eine Challenge 100? Ist ja erst 99. Ja, das könnte gut sein. Also, ich muss auch ehrlich sagen, der Raum ist... Also, wir haben ja jetzt auch... Nicht das, was wir sehen, schon so langsam die Stunde jetzt voll und sowas. Also, natürlich müssen wir uns jetzt nicht stressen. Je mehr, desto besser, aber trotzdem. Damit du bescheid bist. Ich mache nochmal einen guten Try, würde ich sagen. Und dann... kommt es mich, glaube ich, schon wieder so hart an. Ich finde, diese ganzen Map hier gerade in den letzten Changes sind derbe. Unmotivierend, ey. Muss man echt mal sagen. Es sind einfach nur richtig scheiße. Ja, die sind einfach... Dann lass uns lieber zum nächsten Mal wieder in einer geileren Map nehmen, wo wir so eine richtige 0815-Map oder sowas haben. Die auch irgendwie mal machbar ist und so. So, man hat gar kein Erfolgsgefühl. Boah, du scheißer Fick, dann... Alter, das ist doch so schlecht, man. Oh, Gott, ja. Das ist einfach keine Challenge. Das ist einfach nur scheiße, wirklich. Wenn da hier wenigstens mal irgendwie, keine Ahnung, jedem Glowstone-Strich, wie ich das halt gesagt habe, ein Checkpoint, dann hat man auch Lust, das zu spielen und zu versuchen. Aber wenn ich jedes Mal hier irgendwie erst mal 10 Minuten brauche, um da wieder hinzukommen, das ist für mich keine Challenge. Das ist einfach nur ein dünnschitzender. Ja, ist doch wirklich so. Das ist einfach schlecht, wirklich. Es ist einfach wirklich eine... Muss ich ehrlich zugeben, es ist eine schlechte Map, wirklich. Es ist einfach nicht richtig ausbalanciert worden. Der Anfang war einfach viel zu einfach und jetzt macht er einfach so eine Challenges, die, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Stunde brauchen, wenn man wirklich mal durchkommt. Plus zwei Stunden versuchen. Das ist einfach übertrieben, man. Das ist einfach viel zu schwierig, wirklich. Leck mich. Schreib dir da drauf, man hat das Sechstel jetzt geschafft in der Scheiße. Ein Sechstel, ja? Wo bist denn du? Ich bin hier gerade hier. Ach so. Also wie gesagt, ich war kurz vor dem zweiten Strich und dann bin ich natürlich richtig eiskalt ins Wasser reingefallen. Das war einfach so ein geiles Gefühl, ey. Oh, ja. Das ist richtig. Ja. Die Sprünge sind ja echt nicht schwierig, ne? Aber... Na, das sagt doch auch keiner. Es geht nicht um die Schwierigkeit. Der Sprünge ist einfach, Junge, meine Finger sind gerade so am Quillen einfach nur, ey. Weil ich sehe einfach euch da unten rumtanzen. Meine Render-Distance ist schon fast am Maximum. Ey, ich sehe euch gleich nicht mehr, weil ich einfach zu weit oben bin, ey. Ja, aber es ist auch wie... Ah, ich sehe dich. Blöde Sau bist du. Wie weit es noch einfach geht, ey. Das meint er echt nicht Ernte. Das kann man nicht Ernte meinen. Ich hätte, wir haben irgendwas übersehen, ey. Das kann man doch nicht. Jo, und ich bin wieder hier. Alles klar, ey. Weißt du, was fitt dich doch, mal etwas schiefst. Nee, nee. Ich glaube, ich auch fiss, ey. Man fällt immer weiter runter, ey. Ja, das ist geil. Du fällst so einmal, denkst du, du hast nochmal gut gelandet. Nächster Sprung, fällst wieder runter. Dann bist du wieder ganz unten. Irgendwann, aber ich... Keine Ahnung. Ich hätte es sowieso nicht geschafft, weil ich war schon... Ich hatte vielleicht ein Viertel oder sowas. Und ich war einfach schon so schwitzig. Bei einem Viertel nur, ey. Wir waren doch mega super, ey. So, ich guck jetzt mal kurz auf die Uhr. Wir haben es jetzt 21.33 Uhr. Ich würde sagen, wir probieren es noch zwei Minütchen. Und danach gucken wir, ob es noch eine Challenge gibt. Die probieren wir, wenn es noch eine gibt, nochmal ganz kurze. Dann war es das. Ja. Ist das okay? Für die Zuschauer, mal sehen, wie wir eine Mett beenden. Finde ich gar nicht. Neh mich, indem wir es einfach wieder nicht machen. Ja, tut mir leid, aber. Nee! Warte. So. Ich würde mich auch einfach hier durch rushen, weil ich schon gar keinen Bock mehr habe, wie immer mich aufhalten zu lassen von so einem Kleinkindersprünnieren. Ich würde sie Zeit verschwinden. Ich bin so weit oben gewesen und schon wieder runter. Oh, du Zigeuner, ey. Das sind alle Sinti und Römer hier. Sinti und Römer. Wer kennt sie nicht? Ist das etwa eine Anschlülung? Illuminati confirmed, Gwen? Ja, das ist gut. Oh, ich habe schon wieder das absolute pinerte Video gefunden. Drei Minuten voller Scheiße einfach nur. Ja, nö, also ich reiß jetzt die ganze Challenge ab. Es reicht mir jetzt. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Was ist das denn gerade, ey? Dann fliegt man bitte hier raus, fliegt man bitte hier raus. Guck mal, guck mal, guck mal, jetzt nach oben, wie hoch der Tor ist. Auf jeden Fall, Junge, auf jeden Fall. Guck mal, hier, ich kann jetzt mal zehn Stunden hochfliegen. Hier, guck doch die Schöne. Hier, mach das auch mal, kann man mal die Challenge angucken. Warte, ich bin da nicht runtergefallen. Ich will jetzt gleich, weil ich eh runterhunter. Ich mach doch keine Sau, Junge, ey. Also mal ganz, also wenn man, also, wie kann man so dumm sein, also wirklich. Jetzt macht er hier so mittendrin, mittendrin. Ich bin wirklich gerade hier oben, mittendrin ist einfach ein 3 um 1 erhöht, ey. Ja, geh das doch mal an, wo das hier ist. Ist nicht mal ansatzweise, was das hier ist. Ja, ist das denn die Möglichkeit? Das ist ja geil, ey. Wayne, guck mal bitte, guck mal bitte, wo ich gerade bin und sagt, wie hoch ich bin vom... Ja, vom gar nicht hoch, man. Null, wirklich Null. Warte, warte ganz kurz. Warte, 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 warte. Warte. Was denn? Warte dauert ganz kurz. Wayne, du siehst mich doch gerade, oder? Ja, ich bin hinter dir. Du hast nichts geschafft immer noch, Mann. Ich möchte nur, dass du mich beobachtest, wo ich bin. Damit, falls sie, wenn ich runterfalle, möchte ich nämlich von außen mal sehen, wo ich war, weißt du? Ja. Ach so. Ah, gut, dann haben sie... Und ich bin... Ja, hier. Hat er Glück gehabt. Hier. Hier warst du. Guck mal, hier. Komm mal hoch. Also ich war schon am höchsten von der Zeit. Ja, wow, ey. Und jetzt guck mal nach oben, ey. Ich sag dir, du wirst dir in die Hose pissen, Mann. Komm her. Guck dir einfach an. Jetzt, jetzt guck nach oben. Lächerlich oder lächerlich? Das ist nicht mal ansatzweise was geschafft, Junge. Was ist das denn? Hier. 100 Meter, 125. Lalalala. Kannst du auch mal reinfliegen, was da alles für Sprünge sind. Oh, schön. Guck mal hier mit Iron Bars, genau, ey. Mit dein Hackenkreuzchen gepisst, ey. Junge, was ist das? Und hier ist Stage 100. Jawohl. Hier ist Stage 100. So, die gucken wir uns jetzt noch an, würde ich sagen, ne? Die ist so beimmert, ne? Also wirklich. Die guckt man. Lul, die ist ja mal mega geil. Lul, ich hab's gut. Hä? Hey, Channel ist doch voll witzig. Was sollen wir denn hier bitte machen? Du sollst einfach nur da hinten drauf kommen. Ach, eins, Minecraft? Okay, das ist doch witzig. Hast du gemacht, Liam? Ne, ich will's doch einmal probieren. Komm ich dran? Ne. Ich bin nicht abgesprungen, ne? Muss man da einen Doppelstrom machen? Ist besser, oder? Ne, gar nicht. Schafft man gar nicht, oder? Ne. Junge, wie soll man das? Ich hab's gemacht. Und du fällst zeitlich runter. Das ist halt ein Minecraft. Das, was man auch von Pete Smith einmal kennt, weißt du, ist das Problem, dass man halt, wenn man aussteigt, einfach runterfällt. Du musst halt, du musst halt, wenn du runterfällst, dann kriegst du ja Schaden, und dann, wenn du Glück hast, springt der Feld, äh, springt der nochmal so höher, weißt du? Dann springst du genau zum Minecraft. Echt? Ne, ich komm gar nicht so hoch. Ach, guck mal, das ist halt das Geld, du beschwählst ja nochmal, wie scheiß ein IPs. Alles, sag mal, was steht denn denn bei Funnel? Oh, ich bin auch drin, ich bin auch drin. Was steht denn da so schön aus? Dieser Justin Funny. Ja, man fällt seitlich raus, äh, das ist ein Fade. Geh mal bitte her. Geh mal bitte her. Also ich hab den, ich hab den Sprung gemacht, ey. Richtig easy confirmed, Mann. Also, was haben wir jetzt hier davon? Oh, Lava. Oh, Herr damit, Mann. Mal hier, was ist denn da? Scheiße. Hä, wo ist das Buch jetzt? Hier sind die Krois, Mann. Hier sind die Krois, Mann.